kann sein das große anheben muss oder oder zurückschieben so den ich komme gar nicht unter ja du musst ihn zurückschieben hat mich da auch immer dass er höher steht er kriegt ja gar nicht zurück doch ich verstehe ich warum der hier mal abgekoppelt ist beim zweiten jetzt hängt er dran und vorsichtig fahren nicht dass ihr wieder den hänger verliert also also nicht wieder schon dass man wieder den hänger verliert nicht ihr sondern so und Bei mir wirst du gerade voll umgekippt. Wer? Du. Nö. Steht doch noch. Ja, aber bei mir hast du wieder Synchro-Probleme. Der nennt mir auch jeden Spaß, oder? Ja. 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 Das sah gerade so aus. Ja. 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 Und bei mir war er schon über die Brücke gefallen. Ja. 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 hängt da bei mir hier irgendwie an dem tor und nicht schlecht an dem zaun wenn das mal kein zeichen ist dass ich gleich rausfliege weil ich stehe jetzt geht weiter das ist beim jens manchmal so du stehst eine ganze weile du weißt nicht was der wagen soll und dann auf einmal geht es weiter ich hatte aber auch gerade übelste grafikprobleme die straße war total verpixelt scheiße ich muss ja hier gar nicht hoch wir müssen zum flughafen unten jetzt ist er bei mir stehen geblieben mori wie das Ich habe abgeliefert. Ich auch nicht. Das war mal richtig gut. Oh nein, der glaubt ein Anhänger uns. Oh oh, wir sollten mal ganz schnell verschwinden die Bullen hier. Haben wir auch nicht die Bullen? Ich habe ja. Hä? Ich war ja da, wieso sind hier noch der Punkt, aber kurz muss ich auch abliefern. Ja, klar. Äh, ich nehme mal den Hedi. Äh, obwohl jetzt sind die Sterne eh weg. Eh weg, ja. Ja, wieso? Wir brauchen einen Hubschrauber. Ach so, du willst ja deinen Punkt auch noch wegbringen, ja. Richtig. Äh, wo ist groß? Im Video-Segwelt hier. Ah, genau. Los einsteigen. Ja, ich komme doch schon. Ja, ich komme doch schon. Ja. Ja, ein bisschen schneller ist er, ja. Ein bisschen? Einiges schneller. Ah, ich schreck mich nicht so, Mensch. Warte. Dafür kannst du bei dem rausschießen. Bei dem hier. Oh, Alter, mit dem, hier kannst du ja mit allem rausschießen, cool. Und das, I believe, ist everything sold. Naja, mit allen Sinn. Ich glaube nicht, dass du ja mit dem Panzer was rausschießen kannst. Oder doch? Da guck ich grad, aber mich hat grad der Typ hier genervt. Ich kann mit der abgesägten Schrotflinte, mit dem Scharfschützengewehr kann ich rausschießen. Dann kann ich mit dem Präzisionsgewehr rausschießen, mit der Panzerfaust, mit dem Kompaktgranatwerfer, mit der Pistole, mit allen Pistolen, mit dem Mikro-MP, mit der normalen MP, mit der Sturm-MP, mit der Einsatz BWO, mit dem Karabiner, mit dem Kampfgewehr. Also praktisch mit allen Waffen, die man hat. Wahrscheinlich, ja. Jetzt nervt Brusi wieder mit seinem Saft. Achso, gell, ich hab das Geheimnis des Saftes gelöst, wenn Brusi euch anruft. Hä? Ruft euch Brusi nicht an. Keine Ahnung. Ja, Brusi ruft mich an, ja, den rück ich immer gleich an. Ja, wenn ihr Bullenhai Testoteron braucht, weil ihr irgendwo in der Mission seid oder beim Gangbang ruft Brusi an, der gibt euch Testoteron, Bullen, dann seid ihr doppelt so stark und doppelt so wenig verwundbar. Anrufen, der liefert dir das. Dann nimmst du das und dann hast du doppelt so viel Schaden und erleidest weniger Schaden. Also die Hälfte Schaden kriegst du dann nur noch, wenn du das nimmst. Ja, äh, Kampfgewehr, Kampfgewehr, Spezialkabiner, Gefechts-MG, Busenberg. Was, Busenberg? Busenberg, ja. Und mein, 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 mein Dings hier kann ich auch verwenden. Hier. Aha. Mit Vollmacher meinst du. Boah, das sah jetzt aus mit dem dicken Ding. Ich war halt den Tag am überlegen, ob ich mir den auch hole. Ich war schon drauf und dran den zu kaufen. Also das ist nicht die, die Höllenmaschine, ist das. Nicht der Widmenmacher. Den wollte ich eigentlich gerade. Eigentlich wollte ich mir den Atomisierer kaufen. Aber aus irgendwelchen dummen Gründen habe ich aus Versehen den angeklickt. Oh, denn sein Controller hat vibriert. Harte Landung, würde ich sagen. Hey, so hart war die gar nicht. So, dann wurde ja mein Dings nicht geübt. Das, das da, hier. Guck schon. Was macht das Ding? Ja, hier. Guck schon. Achso, dieses Laser-Teil. Busenberg, du musst die Hand melden. Ja, ich kann nur eins. Tu mal langsam. Entweder ballern oder abmelden. Beides. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid. Hey, warum haust du mich? Vorhalt, weil ich dachte... Von mir aus kannst du uns... Achso, hab ich... Ne, kannst du uns einladen. Da. Ja. Warum ist eigentlich mein Oppressor weg? Post, nimm lieber mal die Einladung an. Mein Oppressor steht da unten. Ja, ich hab mich gerade hingewiesen am Computer, ja. Immer mit der Ruhr und dann mit den Ruhr. Immer mit der Ruhr und dann mit den Ruhr. Hä, nur ein Auto? Können wir da auch zu dritt fahren? Ja klar, können wir da auch zu dritt fahren. Ja, Demi, rein hier. Achtung, hier stehen nur Pressers. Und meiner. Und meiner. Warum steht ein meiner hier draußen rum? Weil du gerade aus dem Bunker rauskommst. Ja. Oh, zwei Sterne. Ja klar, immer. Die werden wir mal in Ruhe lassen, oder? Oh, bevor es drei Sterne werden. Weil die blinken ja schon. Jetzt nicht mehr. Liebe, Frau. Deine. Da ist ja so lächert euch dasaa... Oh, ein Moppetfahrer statt den Platten. Träuter. 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 Wir haben auch nur einen Abladepunkt, also... Aber der andere Merker wohl noch von dir sein, Ghost. Wohl. Dann müssten wir den ja auch sehen. Ich wüsste nicht, dass ich einen pinkfarbenen Merker habe, aber das ist ja eh... ...keine Ahnung. So, ich habe keine Sterne mehr. Ich schaue nicht. Ich schaue nicht. Ich schaue nicht. Guck mal, hier fahren sie spazieren. Schön gemütlich, die Hunde. Hey, meine Dritten. Hallo? Hm. Wo sind wir immer noch nicht da? Wer? Hier vorne, rechts, gleich. Ja, hier. Eine weiter. Verlassen wir das Gebiet garanti, oder? Ja, bestimmt. Nö. Nö. Abgeliefert. Oh, hier ist Gang, 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 Gang. Oh, weit, 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 bei den Dingern da drüben, bei den Italienern. Wollen wir oder wollen wir nicht? Das ist aber gar nicht so einfach bei dem da drin. Nö, denn nicht. Ja, es ist machbar. Wollte nur sagen, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Komm, ich bestelle mir mal so einen Bullen-Test, das da oben... Was? Zerstöre die Waffenlieferung, um Welt und Dings zu kriegen? Haben wir ja wo gehen drin? Oh, das ist genau dahinter. Was ist dahinter? Bullen-Test, das da oben ist genau dahinter gespawnt. Äh, wem? Bruce anrufen. Hm. Oh, nein. Nein, nein. Boah, da wusste ich was hier gesagt. Der ist hingeliefert, ja. Ja, freu mich, Jo. Hey, wenn, 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 wer ist CEO? Äh, du? Nee, Jens. Ich? Jens, dann geh du bei CEO und du Bullen-Test oder so. hier rausschmeißen. Äh. Äh. Unter Fähigkeiten. CEO-Fähigkeiten. Ja. Da steht irgendwo Bullen-Test oder so und ablegen. Ja. Also leg mal ab zwei Stück. Ich hab schon. Nicht gewonnen. Also ihr braucht nur. Und dann auf geht's, weil das hält nicht lang an. Ah, man. Du, 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 du. Hallo, ist hier überhaupt jemand? Hier hinten ist der Kistow. Ja, ich sag dir ja. Aufpassen. Ohja, ich muss hier mal. Ähh. Nix. Mensch. Ist der die alte doof? Sie stand genau hinter dem Ding und der trifft mich nur noch. das hat mit doof nichts zu tun denn ihre waffen sind gut so ein sammeln irgendwo dahinten liegen kichten rum bei der mir war ja hier seine kann ich nicht einsammeln muss dann sammel dahinter bei mir da hat kohle drin gar nichts drin ja da war noch geld drin ja war da draußen nicht auch noch eine kiste, nur da drin waren die im hof. da ist eine kiste, da vorne ist eine kiste und da ist eine kiste. mehr gibt es nie. ok, das war's. einmal Opresso bitte. oh, amira! darf ich dir mal was zeigen? hast du wieder ein auto? nein, guck mal. weißt du was das war? es war eigentlich bloß eine schroten pflinte. das war eigentlich bloß eine schroten pflinte. mit Exploni oder was? jo. wohin? bunker? äh, bunker. ich weiß nicht, musst du noch was machen? im bunker. ne, da war noch nicht viel drin. ja, vorräte holen. habe ich schon. habe ich schon. also gekauft. ne, dann könnten wir doch Mission starten. ach ne, eigentlich könnten wir auch noch Vorräte immer für Falschgeld bei mir holen und danach die Dings machen. auf geht's zum Falschgeldlabor. und danach könnten wir ja die Mission machen. jo. wenn ihr wollt. hä, weißt du wie wo? amira war wieder abwesend. ja. die hat wieder mit ihrer Freundin geschrieben. ja, ja auch. also was mit Missionen habe ich noch gehört, ja. ja, ob wir danach Missionen machen sollen. können wir. also. sagen wir es noch doppelt Kohle dafür gibt. ja eben. na eben, eben drum. so. wie lange geht mir denn das, äh. bis morgen. ja. und wann morgen ungefähr? morgen Mittag. manchmal Morgen Mittag schon. manchmal Morgen Abend. also immer Morgen halt. also unterschiedlich. ja, wie sie halt dazukommen. äh, wo seid ihr jetzt? naftflucht. falsch geld. ach, falsch geld. ach. komm. amira. ja ich komme ich bin für falsches geld ja ich bin doch schon auf dem weg ich habe auto ich brauche ein bisschen länger ja gut ich muss mich erst mal vorräte weiter holen ja habe rausgeschickt einladung wohl eigentlich kann er dann auch starten vielleicht runter ja wenn es drei autos sind du musst hier hochkommen wir wollen doch wir wollen ja hallo ja ich war entschuldigung guten morgen ja ich war gerade woanders doch vertieft ja ich bin nicht eingefallen polizei wir haben noch keine wieder zurückfahren wartet auf mich und jetzt muss ich meinen marken weg machen das bin ich irritiert auch hat diese maus die geht nur um den sack naja gut wir können ja schon mal anfangen wir glauben wir sagen wir da ist ich bin doch gleich da und auch nicht wenn ich fange schon mal an ich bin gleich da ist hier noch ein spiel da drin ja er ist auch da oben bei euch in der nähe da mal kriegen wir hier gegen links das fährt denn der hier rum mit dem panzer oder was ist das ich habe ein bisschen angst jetzt ist das kein panzer oder ich weiß nicht hat dein panzer wir erfahrenungslevel erreichen oder was dann dafür level 106 ich bin da ja noch warum habe ich noch keine sterne sind erst wenn ich im gebiet bin war naja da ist doch gut wenn du noch keine hast doch habe ich jetzt auch die bohlen hier ein bisschen auf dem trab halten meine sterne blinken schon wieder ja mich könnte da hier drin eh nicht erschießen warum bin ich mit dem kuruma da ja ach da komm ich her aber bitte nicht auf mich schießen ja nicht dass er mich damit hochjagt da vorne sind sie ich muss den da mal entschärfen ja ich schlage durch jetzt nicht um das ding schnappt euch die motorräder die ja 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 Hast du dir wohl so gedacht? Ausgetrickst. Jens ist zu schlau, der fährt querfährt ein. Jo. Kann man mal machen. Und dann so spiel das hier oben, jetzt ist er weggeploppt. Ja, dann ist er ja irgendwo reingegangen. Jetzt wird er bestimmt, er schüttelt die Cops auch mal klar. Fahr hier querfährt ein, Jens. Hä, wieso wird mir Jens sein Paket als rot angezeigt? Ja, bei mir wird bei dir auch rot angezeigt. Hä? Ich kann das jetzt verstehen. Nein. Bleib hier oben stehen, Jens. Weg sind meine. Ja, meine jetzt auch. Bei mir wird ihr als blau und rot angezeigt. Mal blau mal rot, mal blau mal rot. Ja, jetzt ist es bei mir jetzt wieder blau. Ja, eben sich. Mal blau mal rot, mal blau mal rot, mal blau, rot, blau, rot, blau, rot. Ja, die killen sich schon wieder gegenseitig. Jupp. Da muss ich eins tun. Habt der Spiel schon beilassen wieder. Warnein das Spiel verlassen. Gut. Gut, okay. Perfekt. Oh nein. Oh nein, das hat nicht rausgeschrieben. verlassen ja du hast aufgelöst wenn die dinge ist wohl wieder ja jede menge ja neuer nein stecken jetzt ja ja das hä ich glaube ich bin ich noch da hallo hey ich habe gedacht du wärst schon weg gewesen tschuldigung ich hab gedacht du wärst schon weg ich hab gedacht du machst eine neue sitzung auf ja mach ich doch jetzt aber ich wusste dass du mich vom motorrad runter schlagen willst gar nicht wahr so sie brauche sie jetzt ein 30 dollar dabei habe und die triff noch nie mal traurig jetzt aber auch Konnte ich gestern eine Mäune drehen oder für die Zähne? Ja klar, für die Zähne war es. Dann werde ich mal schnell zum Casino. Amira, Amira. Ok. Grus! Ja? Ja. Ich sehe das. Was? Hast du mit der, dass du auf mich zielst? Ja, aber bloß mit Licht. Na ja, und deine Slavi drückbar. Mit Licht. Aber auch Licht. Ja. Ja, der will auch. Vergeistert hier durch Nacht und Wind. Das ist der Ghost. Der Western Star 49X ist jetzt verfügbar. Cool. Bei ATS. Wer ist verfügbar? LKW. Neuer. Ach so. Wer hat der es? Cool, da steht ein Kuruma. Mal gucken, wieviel der aushält. Bin ich auch dran überlegen, ob ich mir das Ding mal hole irgendwann. Ich bin mal schnell zur Casino. Wo hat es schon in dein Auto gemopst? Ja, guck mal, so eine schöne Farbe. Oh oh. Hä? Oh oh. Du hast 3.000 Euro Kopfgeld. Du hast 3.000 Euro Kopfgeld. Kopfgeld. Wegen dem scheiße Auto. Hä, bei mir wird das gar nicht angezeigt. ich komme gleich ja von wegen aber die nummer atomisierer weggefegt bei mir wird das ja gar angezeigt ist aber warum guck mal unter immer rein unter interaktionsmenü mal da habe ich doch schon geguckt hat auch sonstiges laden amun die tuningwerkstatt da kann es nicht ja was machen wenn es ganz events kontrollpunkte heiße ware krieggebiet ganz auch nicht sein jobs ganz auch nicht sein also muss das irgendwo anders sein ich weiß nicht also keine ahnung von mir kann ich den kommando zentrale her holen wir haben schon wieder weg hier noch zwei stück 140 und 265 einer ist da oben und dann aus dem casino beim casino und 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 die sendes kopfgeld von mir ich sehe es nicht aber müssten dann ja auch eigentlich eine zeit laufen 24 schon dass ein gta tag also 48 minuten lang ach nee das war bei dings hier beim motorradclub wo die zeit angezeigt wird ohne musik großbeschützungen wir müssen großbeschützungen gegen was die anderen nicht abkneiben siehst du das hier kopfgeld habe ich warum sieht es da mir da nicht wo kann man das einstellen das wüsste ich auch gerne machen komm ich habe eine goldene Waffe wo war denn das noch nee lass mal wo war denn das noch ah sweetie könnte ich jetzt sagen war das hier vielleicht bei freunden hier war es irgendwas einstellen einstellungen kann es doch auch nicht sein anzeigen ja auch nicht gps kann es auch nicht sein ziele ne inventar kann es auch nicht sein stil fahrzeuge markierungen spieler hervorheben komisch dass du das kopfgeld nicht ziehst deswegen häh ist du bei mir in der crew drin nee oder oder ja ich Habt ihr alles soweit euch georganisiert? Wir warten bloß, dass wir da loslegen können. Ich hab mal noch was zu trinken. Okay. Dann geh ich noch mal Pipi machen. Ich kann ihn sich um Stunden annehmen, mein Hinkefuß. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Tier war ausgeschaltet. Konkurrenzkampf. Zwei Stück sind hier. Einer hat das Spiel verlassen. Es sind drei hier in der Sitzung. Zwei sehe ich. Der andere ist da unten beim Konkurrenzkampf. Da blinkt was auf. Ihr habt da unten beim Konkurrenzkampf. Amira, Amira. Das ist jetzt die Frage, sollen wir starten oder nicht? Naja, wir spawnen dann sowieso in einer Sitzung. Ja, eben. Na, dann los. Selbst wenn, in der Mission ist die Sitzung ja leer. Marc hat das Spiel verlassen. Ritschmex hat Konkurrenzkampf stein, Kammel, gell? König Drosselbart wartet auch schon. Guck mal, König Drosselbart. König Drosselbart? Ach so. Da drüben. Nicht gesehen. Sagst du, jetzt kommt das hier schon wieder. Durch ein Daten, durch eine Daten auf ihrer Webseite oder eine App wurde ihr Passwort preisgegeben. Chrome empfiehlt ihre Speichern Passwort dazu. Sag ich doch. Das ist, das ist, das kann ja nicht so. Er hat gerade eben geändert. Ja, aber nicht bei allen Dingern. Das war ja mehrere. Es war eBay Kleinanzeigen. Ja, und du kannst schon nicht bei allen ändern. Das ist Schwachsinn. Da will irgendjemand deine Passwörter haben. Ich würde doch gar nichts machen. Null. Hm. Kann was nehmen, dass ich mal aufkloppt? Ja, wegdrücken. Seid ihr bereit? Wir warten nur auf dich. Ja. Warte mal, ich mach mal meine Schlüpper noch richten. Äh, ja. Oh nein, ich konnte ja niemand meine Schlüpper richten. Oh nein. Schnell Panzerung kaufen. Okay, hab ich auch gemacht. 5,1 Millionen habe ich. Wie viel? 5,1 Millionen. 1,7 Millionen. Hm. Hast du so viel Kohlen in den letzten zwei Tagen verdient? Ich denke, du hattest 5, ich dachte, du hattest 5 Millionen. Hattest 5 Millionen. Hattest 5 Millionen. 5,1. Ach, ich hab 1,5 verstanden. Ne, 5,1. Ach, schuldigung. Malzeit. Der da, von Ost. Ach, das war leider das mit den Autos, wo wir dann voll verkackt haben. Gleich verkackt, wir haben es ja am Ende doch geschafft. Nö. Ja, klar. Am Ende bin ich draufgegangen. Ach ja, stimmt. Kostu A, Amira B, ich wieder C. Ja. Naja, jetzt darf ich den Weg schon auswendig kennen. Japp. Ach, ich bin mir grad nicht so sicher doch. Ochper. Bis dahin. Oh that was jetzt geht's. Vierge jetzt жизнь incir presence. Aminaари gewusst. Anja, darauf sind fertig. hey Jungs ich bin da wenn auch Toll ich fahr mich unter dem Auto fest Toll Mann bin ich blöd Wir haben aber zwei Teamleben Und du glaubst, wie dumm bin ich eigentlich Passiert Ja ne, sowas kann ich Ich fahr hinten rein und steh unten drunter unter dem Auto Klar, der braucht mir bloß noch abknallen dann Okay Ich konnte nichts mehr machen Ernst, warst du schon richtig? Fahr mal wieder zurück Ne, ich komm doch nicht hin Doch Achso Achso, du bist oben oder was? Ne, ich glaub nicht oben Na, warte Ok, Systems are tracing him now Da komm ich herngedüst Ach, Jens Oder, ist das groß Ey, Jens, ey Ne, ich wollte eigentlich auch meine Dinge umstellen Hier Die Wappen besser Man, bin ich blöd, ey Das war doch einfach, oder? Ja, eben Hat mich schon gewundert, warum wir zwei Team nie mehr haben Naja, ganz gut so vielleicht Ja, zum warm werden mal, dachte ich Aber sicher, selbst das Guck jetzt, wo fahr ich mich auch noch Oh Leute, echt Prost Ruhig, Blut Komm ruhig Ja, mach ich ja grad Aber ich reg mich grad über mich selber auf, wie doof ich grad bin Weil mir schon wieder zu viel im Kopf rum geht Einmal tief durchatmen Ah, das kenn ich Mit den Gedanken Dann lässt die Konzentration nach Entschuldigung Ich Lara genauso Die Konzentration nach Ja, hol ich mir noch mal ein Pantum rein? Gut da unten. Was ist das? Was ist das? Ich habe schon gewonnen, denke ich her. Ich habe ihn. ja ja der typ kommt jetzt ja ja also den typen jetzt hinterher ja da ist ja vorne ja mann der hochdrauber jetzt ach da ist er ich hab ihn ja oh zusammenbleiben ja ach so groß ist ja vor mir jens war es da hinten nicht anschieben ja ja ich sag ja nichts gar nicht so viel wenn ich der lkw anschieb ja ja ne ich in ordnung ich trau mir noch mal eine panzerung rein auf jeden fall eine panzerung kaufen was macht denn der hier ja wie war das eben mit anschieben ja keine ahnung wie schiebt der auch von hinten an ja 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 Ich bin euch Ich bin euch Entschuldigung Wo bin ich denn jetzt hier drauf gelandet? Prima, scheiß Dreck Kommst du runter? Nein Warte Mann, die blöde, dumme Sau So, du bist da Ähm, warte mal Ich hoffe, es kommen jetzt keine Gegner Warte, bleib mal stehen Nein, warte, 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 hinter Stop Naja, ich glaube nicht Ernsthaft Im Atomisierer Ja, probier ich hier aber Das Auto bewegt sich keinen Zentimeter Fuck Keines vergessen hier Warte Warte Naja, hängt ja fest Und wenn du hier hoch fährst Gas gibst und dann hier Versuchst den Berg runter zu fahren Ja, er Ah, okay Okay, er ist drüber Ist das eine Scheiße, oder? Ganz weiter, Go Wir müssen da rüber Wie sieht's aus, wie auf dem Schlachtfeld Ganz Ja, wir waren ja noch nicht alle tot, deswegen Na, sehr egal Vor allem, breit auf Ich bin hinterher Ich bin hinterher Ah Die Frage ist jetzt, sollen wir es nochmal auf Schwer spielen oder nicht? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ja, komm mal, einmal auf Schwer geht's, ne, oder? Wir müssen nur ein bisschen zusammen bleiben, dann geht es schon. Ja. Sonst kommen wir nie ins Ziel, nur läuft die Zeit ab, weil wir bloß rumballern. Beim Beitritt zur Sitzung ist der Fehler aufgetreten. Jawoll. Also ich bin in der volle Lobby, ich mach schnell ne neue auf. Ich bin alleine. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in einer Sitzung spawnen habe, äh, in Story-Modus. Nein, ich bin im Story-Modus. Mach doch das Scheiß-Menü auf. Mann. Ich bin alleine. Nein, ich will nicht mit Michael spielen. Ganz alleine bin ich. Nein, ich bin alleine. Genau. Genau. Na gut, dann werde ich mal schnell zum Casino fix. Wohin wieder? Ja, ich fand die ja noch nicht drin. Bei wem bin ich denn jetzt gelandet hier? Ach, bei euch beiden. So, wo seid ihr jetzt alle gesporen hier? Ich bin nicht weit weg vom Casino. Ja, schön. Ich muss runden. Vom Nachtclub. Dann komm ich da mal runter. So. Zahlet eure Kohle ein. Hab ich gerade. Hm, gute Idee. Ach, 2 Minuten und 50 Sekunden. Wie lange? 2 Minuten und 50 Sekunden. Ja. 2 Minuten? Ja. Was geht ja noch? Ja, von mir ist das, was wir da machen. Mach ich da noch. Ja, die 2 Minuten kannst du jetzt warten. Ja, ich muss jetzt auch erstmal. Amira ist noch nicht da. Dann muss ich erstmal die Kommandozentrale wieder herholen. Dann müssen wir rüber zum Hafen. Na gut. Eben, bis ich nämlich unten bin, sind auch 2 Minuten vergangen. Weil ich nämlich mit Auto fahre. Ja. Oh nein, da unten ist Jens. Hm. Au. Die wusste du wieder 3.000 Euro Kopfgeld. Zähl nicht da oben. Gar nicht. Doch. Nicht jeweils. Mahlzeit. Oh. 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 Töne. Ja. Töne. Eben. Ja. Töne. Vielen Dank. Und du könntest gleich weiterfahren rüber zum Hafen oder nimmst du einen Erpresser. Und du könntest gleich weiterfahren. Und du könntest gleich weiterfahren. Und du könntest gleich weiterfahren. Hast du ein Auto gewonnen? Nein. Aber? Nein. Auto gewonnen. Doch Auto gewonnen. Ja. ExpediWay, war das denn das? Ja, das ist der Formel 1 Wagen, oder? Nein, Immobilie auswählen. Ja, du musst jetzt sehen, wo du es hinhaben willst. Äh, war das nicht der beim Flughafen? Der beim Flughafen? Die beim Flughafen, wie heißt denn die? Äh, irgendwas mit W. Extinguering Wave, ja. Okay. Die XW. Die steht am Flughafen. Okay. Ähm, Goos, dein Trick funktioniert. Ja, ja, klar. Nicht immer, aber die Chance ist erhöht dadurch. Wenn das, wenn das der Goos zieht, oh, oh. Hat sie wieder. Ich hab jetzt extra mein, weggestellt ganz weit. Jetzt sag, bloß du bist jetzt. Oh, nee. Ich hab nichts kaputt gemacht. Ich steh nur mit meinem Hubschrauber bei dir auf den Anhänger. Ja, dann geht's. Ich hab den so weit weggestellt und versteckt. Nein. Das war vorhin keine Absicht. Ich war, keine Ahnung, fünf Meter von dem entfernt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Komm, wie oft habt ihr mein Auto schon in der Luft gesprengt? Ja, doch, ich doch. Wie lange Spiel ich gespüren hab? Noch nicht lange. Ja, bei mir hat's fast eine halbe Zeit. Dauert, bis ich mein Auto gewandt hab. Ja, gut. Wir haben aber früher den Trick nicht angewendet. Das muss ich dazu sagen. Also, ich hab auch... Lass mich rein. Hallo, ich bin hier rein. Das war vielleicht auch Zufall. Keine Ahnung. Ja, nee. Das funktioniert. Ja, klar ist Zufall. Aber... Du erhöhst halt die Chance dadurch. Klar, bei mir klappt's auch nicht immer. Aber guck, ich hab jetzt auch schon seit einer Woche nichts mehr gewonnen. Hm. Ja, natürlich ist doch Zufall. Ob ich den Wagen behalte, will ich auch noch nicht. Ja, klar behältst den. Das ist ein Sammlerstück. Ein Sammlerstück? Ja, klar. Das kannst du nicht verkaufen. Ich muss in meine Garage dann mal langsam auffrusten. Ja, also, wenn du Kohle hast, dann kaufst du ja noch. Du brauchst ein neues Apartment, da gibt's wieder eine neue Agrar-Ding. Dann kannst du wieder... Dann kannst du im Nachtclub, kannst du dir nochmal eine Garage kaufen. Zwei Garagen kannst du dir im Nachtclub. Oder sogar drei Garagen kannst du dir im Nachtclub kaufen. Wo du 30 Autos reinstellen kannst. Ja, dann kauf ich mir lieber einen Nachtclub, die Garage um gut ist. Und so weiter. Ja, eben. Und dann, wenn du dir ein Apartment kaufst, ist eine Garage dabei. Wenn du dir ein Haus kaufst, ist eine Garage dabei. Na ja, aber jetzt hab ich mir doch wieder ein Haus an, dann komm. Ja, was willst du? Brauchst ja nachher mal ein Apartment. Kannst die Dings nicht machen, die Missionen. Na, dafür hab ich euch doch. Dann brauchst du die Basis, dann brauchst du die Basis, da ist eine Garage dabei. Seid ihr alle soweit bereit? Äh, wir hätten schon lange fertig sein können. Ja, eigentlich schon. Einmal mit dem Profi arbeiten. Ein einziges Mal. Ah, Panzerung kaufen. Panzerung ist kaufen, ist wichtig. Hab ich noch. Ist mir egal. Äh, halt. Bist du sicher, dass du diesen Sock verlassen willst? Nein. So voll. Da war der kleine Jens wieder schneller. So, fertig. La 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 la. Let's rein. Wenn du mit Fährmann spielen, ob wir da vier Autos haben. Wieso isch jetzt eigentlich Spielersuche offen? Weiß nicht. Weiß nicht. La 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 la. Also ich habe jetzt wieder aufs schwer gemacht, also ein bisschen aufpassen und ich darf nicht wieder so doof sein und unter das Auto drunter fahren und da drunter stecken bleiben, sodass sie mich locker weghillen können. Mann, war ich doof. Und ich muss aufpassen, dass sie mich nicht wieder da rüber schubst, ey. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ups. Äh, wer fährt denn jetzt eigentlich wohin? Ich nehme wieder B. Dann nehme ich wieder C. So, du rüstst's. Au. So, du würdest vielleicht nicht gerade gegen den Auswand fahren. Ich nehme nur den Kappi. Oh. Ah, bin ich doch schon wieder verkehrt. Hallo Jungs, da bin ich wieder. Das nimmt ja. Oh, okay. Ich weiß nicht, was er hat nur Ja warum wirst du auch mal Ja, er ist halt schwammig wie die Zau. Jetzt nimmt er den Zaun mit. So. So, als Kampfmaschine ist er nicht schlecht, aber er ist schwammig wie die Zau. Arschloch. Deiner hat einen Arsch und ein anderes Loch. Ja. Oder beides? Ja, beides. Ui, ui, ui. Rottikos, ich steck mehr. Au, danke fürs Einschieben. Ja. Ja, aber sag vorsichtig, steck quer. Ja, ich hab dich nur richtig hingestellt wieder. Buddy, 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 Buddy. Die Boxer sind ziemlich leer, du. Noch. Naja. Ich kann ja schon unten runden noch reinballern, oder? Ja, warte, nicht, dass der uns abhaut. Nur da, da, der kommt doch erst, wenn die Videosequenz kommt. Ja, wenn er jetzt schon anfängt zum Ballern, dann läuft's. Ich bin noch gottesweit weg. Fahr jetzt erst mal über die Brücke drüber. Ja, ich bin jetzt zuerst unten, oder? Sag mal, wenn ich kann, Boost. Wie sieht's aus? Ja. Ah, Boost ist da. Was ist da. Ah, komm nie so. Ja, jetzt ist er noch irgendwo ein Heli. Jetzt kommt er. Ja, jetzt sind wir da zusammenbleiben am besten. Kommen wir schon. Ja, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er da rum mit deinem scheiß Betonmischer. Ja, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er noch ein bisschen weg. Doch dein ging nix ausmachen. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Das war ja doch dein Gegner. Ja doch, sonst könnten die uns ja auch nicht erschießen, wenn wir hier drinnen gesichert sind. Die linke Seite ist gesichert, aber die rechte Seite nicht. Da ist kein Gitter vor der Tür. Scheint. Uuuuh. Entschuldigung. Hä, müssen wir nicht hier hoch? Na ja doch. Na doch. Ach ja doch. Fahren wir hier unten langsicht. Ich glaube auch unten entlang. Da oben. Ist ja egal, wir können doch trotzdem auf der Kneipe fahren. Ja, ja, sag ja. Das ist egal. Oben oder unten entlang. Ist scheißegal. Hm. Ja. 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 Oh, ich habe keine Mutterhaube mehr. Goh, tschüss mit Autos. Goh, tschüss mit Autos. Los, rüber! Geht doch. Keiner gestorben. Ah, wenn man weiß, wie es funktioniert, ist das ja in Ordnung. Ich habe eine Mutterhaube verloren, aber... Eingeparkt. Äh, ja, im Busch. Ist das? Ah! 34. 10 mehr. Ja, 8 mehr. Ah, nein! Was? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Was denn? Statt gut habe ich schlecht gedrückt. Das ist doch egal. Ich glaube, das ist eh bloß für Rockstar. Ja, ich glaube nur... Hm. 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 Oh, äh, volle Lobby. Ist jemand in der Leere? Äh, ich habe noch Lade. Ich habe noch Lade. Ich habe noch Lade. Ich habe noch Lade. Nur nicht mehr. Äh, ich bin auch eine Freundinlobby. Äh, ja, ich bin auch bei euch, ja. Okay, dann mache ich eine neue. Hm. 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 Gleich Geld einzahlen. Ah, ja, ja. Ich erschießen sie sich schon wieder gegenseitig ab. Diego hat... ...Josiel. Hm. 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 Agent 007. Oh nein, ein großes Boot. Hm. Boah, 27 Leute. Hm. Hm. Ja, ihr könnt rüber. Hm. 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 Ach, ja. Ich bin aber hier. Mein Auto steht hier. Hm. Hm. Hm, hm. Hm. Tschüss Sonntag! Tschüss Sonntag! Tschüss Sonntag! Danke! Dein Auto steht jetzt dahinten, das war hier vorne gestanden gerade. Wo müssen wir jetzt eigentlich wieder hin? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, ich hätte noch eine mit dem Moped. Aber nicht mit dem, sondern mit dem mit Rädern. Ja, ich bin bloß an überlegen, ob ich schnell zum Bunker nochmal fahre, wegen Zwecken... Vorräter. Vorräter. Ja, da kann ich eigentlich auch mal schnell reingucken. Ja, da machen wir. Und dann von mir aus können wir das machen gerne. Oh nein, ich habe wieder einen weiteren Weg. Weil du hast ja ein Auto... Ja. Wird! Das hat ja immer die richtige... Das wird in den Tag geben. Was bringt dir das, wenn du sie verkaufst? Ja, ich will nicht alle Autos haben. Zum Beispiel dieses komische... komische... komische Auto da. Der sich so beschissen lenken lässt. Wäre ich doch egal, behalte ihn doch. Was soll ich mit so vielen Autos? Die fahr' ich doch eh nicht. Ja, das kann ich auch verkaufen. Ja, aber warum will ich die verkaufen? Behalt's doch einfach und sammle sie. Nee, warum soll ich die sammeln? Ja, warum nicht? Ich bin doch kein Autosammler. Ja, das frisst dir doch nichts weg. Ja, ich gehe doch auf dem Platz weg. Ja, für was? Für neue Autos. Für welche neue Autos? Na, wenn ich mal welche gewinne? Oder wenn ich mal eins kaufe will? Ja, dann kannst du immer noch weg. Oder dir eine neue Garage kaufen. Ja, nee. Nee. Ich brauche nicht so viele Garagen. Aua. Nee. Ich bin nicht so wie du und sammle jedes Auto. Ja, jedes auch nicht. Ja, klar. Du nimmst ja jedes Auto mit, was du findest. Ja, nö. Na klar. Ja, nö. Die verschrott' ich auch wieder. Ja, doch. Ja, aber die alle. Ja, doch. Viele. Ja. Ja, weil du schon doppelt hast. Ja. Kann sein. Ja, siehst du. Aber ich habe ja auch noch genügend Platz in den Garagen. Warum sollte ich die hergeben? Ich habe noch jede Menge Platz. Ich habe noch sowieso 20 Autos Platz. Aua. Mi, 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 mi. Hui. Oh. Hey, sieh doch, gehen sie mal schön wandern. Oh, danke. Du Esel. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Oh. I can't try to cover it in here. Hi. Stop, stop over here. Alright. Naja. Oh. Ich werde auch einige verkaufen, die ich so geklaut habe. Boah, früh bin ich dann auch da. Wie, du morgen frühstest du auch da? Weil du morgen frühstest du mal hart gehst. Nein, ich meine im Spiel hier. Ja. Also, bis ich bei euch am Bunker bin, meine ich. Ja schon. In's morgen früh. Au. Ja, ich denke mal, ich werde so... Ja, schlecht gesagt. Ich gehe entdecken. Ich wollte euch schlag das. Ich will mein Auto reinfahren. Naja, jetzt ist mein Auto wegges wieder heile. Ich hatte nämlich keine Stoßstange mehr. Ja, das ist so noch heute, aber nicht. 112.000 habe ich schon drin. Wie viel? 112. Weiß so viel. Achso, du hast ja nicht verkauft. Äh, nee. Doch gestern, ja. Ne, ich meine heute. Ne, heute habe ich ja noch nie verkauft. So, ja, ja, Bill. So, einmal Fröde kaufen bitte, danke. Oh, ich war schon wieder einer im Spiel, äh, in der Sitzung. Ist auch einer drinne. Gluck, was? Gluckkiller. Amiga, Amiga Amiga Genau Wo ist Goß? Glugklar ist unverlassen Noch einer da Dongga bongga Ach da unten steht Goß, macht Goß da unten Der ist sein Dingsbums juhu So, wir sind wieder alleine Der hat seine Alpabee geholt Ob ich den heute noch mal wohl in der Kugel verpasse? Wer der Kopfgeld hat Ey, man hat die... Die Handkranz hat eine Hand, das ist ja gescheuert Das mach's Mach ich Das geht dann Brumm Brumm Ich freu's Brauchen wir ja eh nicht Bisschen wir da mit rein? Okay Okay Are you ready? Ich habe ein Muppet Was hast du? Ich habe ein Muppet Ja Muppet 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 ich glaube er nicht ich glaube er doch sie jetzt da rüber oder da 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 rechts ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist den dahin zu stellen bei deutschen deutschen deutsch stil eine opressor hat mal wartet mal wartet mal wartet mal das nur einer was haben wir denn warten auf das bringt noch nicht viel ja warum nicht weil die anderen da hinten da schließe ich halt da nach hinten rein war da war da amira hier um der gestimmt zu ja super idee wieder gewesen siehst du goost acht gegen den gegen die die daneben oben an die strebe was für ein scheiß der gesungen scheißdreck ins leben verschwendet es ist nur ein oppressor oder mehrere bestimmt wenn ich muss eine panzerung nehmen meine letzte ich muss dann wieder panzerung kaufen so ein schmarrn echt ewige sucht was dummes wieder verreckt und ja 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 Hier schießt noch einer, da. Der Soto ist jetzt wohl, jetzt, nee, er lebt noch. Wow, das Auto bewegt sich, wenn ich drauf schieße. Ja, ich hab auch mit drauf geschossen. Irgendwo schießt noch einer. Ja, Jent hat eine gerade. Hä, wo sollen die denn sein? Ist der hier unten? So, noch weiter drinnen. Ja. Und jetzt, wir gehen an den Tunneleingang glatschen. Was? Also, wo haben wir da irgendetwas da noch einer? Jetzt nicht mehr. Sind die da unten? Ich würde ja sagen, da drüben irgendwo. Ja. Die sind unten. Nein, die sind hier an irgendeinen Tunnel. Nein, hier, hier ist doch grün. Bei mir ist hier nix grün. Ja, hier, komm mal her. Zu uns. Guck mal, da hinten ist doch grün. In die Richtung, wo wir gucken. Da hinten sind doch die grüne Teile. Sieh ich die? Auf der Karte. Bei mir sind keine grünen Pfeile. Nein, bei mir stehen bloß da hinten. Hey, da schießt jemand. Bei mir sind hier grüne. Drei Stück. Weißt du, wo sie sind? Die stehen draußen. Normalerweise könnten wir jetzt rausgehen. Da wo wir reingekommen sind. Laufen die Straße hoch und gehen dann da um der Ecke. Ja, eigentlich ja auch noch. Bei sieben Jahren sind die nicht mehr auf der Straße stehen. Ich bin aber jetzt hier unten und weiß nicht mehr wie ich hochkomme. Äh, Jens, warum nimmst du nicht Auto? Achso, wir kommen ja eh nicht weit. Ähm. Äh, hier hinten groß. Gehste Treppe. Hey, wo bist du denn? Seid ihr sicher, dass die draußen stehen? Ja, ich renne. Ja, ich renne. Entschuldigung. Ich renne. Ich renne schon rausgucken. Wo ist denn groß? Hier oben. So muss ich wieder einen Weg hier hoch finden. Hä? Da war da gerade noch eine Treppe. Hä, wo seid ihr denn jetzt? Ja, ich bin draußen. Ja, ich bin draußen. Ich bin draußen auf der Straße. Bin sogar zurück. Aber. Ich bin so zurückgerannt, wie wir, ähm, wie wir heimgekommen sind. Wie wir heimgekommen sind. Da kommen wir mit dem Auto um der Ecke fahren. Da stehen die nämlich. Ja, nicht ganz. Was? Hä, nicht so wie ich mir dann hier runter. Ja, keine Ahnung. Einen längeren Weg zu nehmen wahrscheinlich. Hast du so? Ne. Die müssen unten sein, irgendwo. Wie klasse sind die? Warum müssen wir denn hier runter? Die sind da unten, wo ich es gesagt habe. Die sind da unten, wo ich es gesagt habe. Äh. Warum sieht das dann so aus, wenn die hier runter ist? Die sind da oben auf der Straße stehen. Die waren in dem Dings drin, wo ich drin war. Ne, die waren nicht da unten, wo du warst. Doch, da ging es doch weiter. Nein. Da unten wurde doch neue Decke gebaut, neue U-Bahn-Tunnels gebaut. Und da unten drin stehen die. Dein Tyler. Ja, alles zu Hause geht. Hey, wir fahren mit dem Auto. Ich weiß, « arkadaş ist so gut, DT.» Das werden wir gleich sehen. Oh, willst du den ganzen Weg laufen? Wir sterben können wir nicht. Oh, okay, ihr ist in der Station. Wie seid ihr jetzt, äh, äh, weitermäßig in die Röhre reingefahren, oder? Naja. Ich schieße noch einer. Da! Achso, kommst du jetzt wieder von hinten rein? Ja, klar komm ich von hinten. Äh, warte, lass uns auf jeden Fall warten. Nö, ihr könnt ruhig schon langsam vorkommen, ich komm hinterher. Pfff. Irgendwo da vorne sind müssen sie sein. Ach, hier ist das Auto. Ja, bis du durch die Röhre kannst du noch fahren, aber es soll sich laufen. Der, der get stolen. Nimm doch noch mal ihr zufrieden. Warte kurz. Oh, die sind schon da. Ja, ich sie schon da. Ja, ich habe ja jetzt schon da. wo ist hier noch einer der hat sich mal auf den weg warte groß genau aber ich würde mal lieber auf die das Die Oppressoren hier hinten stehen und dann ist die mit Hochjagern hier. Ja, hier stehen sie. Ja, da geht doch. Hey, so'n Ding will ich auch haben. Kostet 1,8 oder so nur. Bist sicher, dass wir da raus können? Ja, hier war ein geiler Punkt. Okay. Glauben wir die Dinger auch schießen, oder was? Äh, ja. Äh, du hast gerade auch mitgeschossen, glaube ich. Ja, weil du genau mir in die geschossen und du bist rübergezogen. Also, der wo hinten, das ist keine gute Idee zum Schießen. Ich schieß doch gar nicht. Wollen wir den auch fliegen? Ja, wenn du pushdrückst, aber nicht pushdrücken jetzt. Womit mal rechts oder links? Äh, bei mir ist das mal geradeaus, oder? Das ist ja geil, ich glaube, das sind beides die eigenen Tunneldinger. Äh, da ist noch einer, du. Äh, die gehen aber gut ab, die Dinger aber. Äh, das ist ja geil. Äh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Ist noch ein gerundes Regen. Da ist der hier, du ja weißt sondern, das ist ja geil. Äh, das ist ja geil. Ich weiß gar nicht. Ja, ja, ich höre ja die Pflichtanz. Ja, ja. Egal, was halt nochmal? Drei Viertelölbe schon wieder? Ja, nach der Mission gehe ich dann auch in den Heier. Ja, also eh mal versuche ich es noch mit und dann bin ich aber auch verständlich. Aber bevor wir starten, muss ich mir nochmal Schlepppantorin kaufen gehen. Ja, ja. Ich habe nämlich so gut wie da keine Minuten. Oder wir machen sie morgen. Ja, wir können sie, machen wir sie da morgen. Dann kommen wir jetzt morgen oder heute. Morgen gibt es halt keine Doppelte, aber ist doch egal, oder? Ja. Na, mir ist egal, wir können auch noch die mal machen oder so. Ja, gut. Habt ihr irgendwo eine Lehre? Ich habe noch Ladebütt. Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Nein, ich bin bei euch. Ja, was machst du da hinten? Ach, so war nicht mal eine Panzerung kaufen. Haben wir hier einen Armut in der Nähe. Ihr seid aber hier viel Leute, gell? Ja. Ja, nur zur Info, also meine ich leer. Nexu-Mexus ist gestorben. Eines natürlichen Todes. Na, macht ja nichts. Herr Amira, ihr Auto steht hier, aber von meinem Oppressor weit und breit nichts zu sehen. Hm. Na, den hatte ich vorhin eingelagert bei mir. Ah ne, der steht aber auch hier. So, dann geh ich noch mal schnell in den Kuchen, Röntchen rum. Au, au, ich überfahren bitte. Danke. Ja, wir beobachteten mich hier schon wieder. Hä? Hä? Miau. Ja, weiß nicht. Miau. Ey, du Kleiderhosenpupps. Hä? Ruhig. 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 Ey, du hast doch Kopfgeld. Dich kann ich doch abliefern. Immer noch. Oh, nee. Jetzt kannst du wieder keine Westen kaufen. Weil du Kopfgeld hast. Nein, Transaktion fehlgeschlagen. Ach so. Na gut, ich hab noch nicht geguckt. Guten Tag. Mal gucken, was war. Ja, wenn, wenn jetzt Transaktion fehlgeschlagen kommt, dann wird das mit der Motion angekommen. Ach so. Lenkröcken. Hast du hierher gelaufen gehost? Nö. Warum steht dein Oppressor draußen nicht? Dort draußen steht doch der Ami-Auto. Ach so, das Rote. Da, ja. Ach so, das Rote da, ja. Ach so, das Rote da, ja. Ach so, das Rote da, ja. Was ist das? Oh, du hast meine Coke. Oder eine Sprite. Was ist das denn? Nein, nein, nein. Was ist das denn? Ich komme. Und du? Jetzt fahren wir auf Gust. Was, auf wen wartet ihr? Auf dich. Hey, ich stehe doch hier auf deinem Auto. Rennst Jens hin? Nein, du meine Prosser. Warum stehst du auf meinem Auto? Oh, oh, oh. Achso, wir sind ja gar nicht mehr im Dings. Ähm, ähm. Lauuu. Der Ghost ist hinter euch her. Ja. Was? Ich finde eine Luftfahrtzeit und breite die auf die Herausforderung unter Brücke fliegen vor. Ne, danke. Oh, wie viel sind wir denn schon wieder hier im Hinterbus zu dritt? Ist doch kein Konkurrenzkampf. Ja trotzdem. Also nur komische Herausforderung. Ja. Ja. Alles gut. Äh. Einmal. Schießt er sein eigenes Bike kaputt. Einmal hier. Dann. Hier. Dann. Einmal hier. Einmal hier. Ich glaube, ich gehe immer schnell Pipi machen. Okay. Also schnell, langsam. Jens muss Einladung nur annehmen. Was? Einladung? Du musst eine Einladung nur annehmen. Hab ich doch schon nichts. Ich dachte. Du musst Dutzern. рас прилogieren. Ich bin, ich bin schon gegründet. Ich ging nicht nur annehmen. Schießt erneig. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Es bin ich. Ich bin gerne. Okay. Ich hab mir gerade noch was gekarraucht. Ich hab mir jetzt schwere Scharfschützengewehr geholt. Okay. Ja, 40.000. Okay. Auf. Da steht er ich gleich hier. Ja. Der ist eine Kommando-Centrale. Der ist schon an der Kommando-Centrale. Oh, ich bin wieder da. Ja. Halleluja. Hey. Hm. Äh. Hier steck ein. Warum läufst du? Ja, weil du ein Auto besetzt hattest. Du hättest was gesagt. Da wär ich vorher umgestiegen. Ich fliege innerhalb des Heim. Ja, da musst du durch diese Dollarzeichen glaube ich fliegen. Ach so. Seid ihr bummelisend auch mal da? Ja. Ja, Entschuldigung. Ich hab Aua. 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 Bein. Ich kann leider nicht so schnell. Ach. Nee. 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 Immer diese Ausreden. Du kannst ja gerne mein Bein haben. Äh. Habe ich gleich eine Einladung geschickt. Ja, gell? Ja. Ja. Das würd ich ja dein Umgebost ja nicht sehen. Ja, doch. Sehnt schon. Aber blaue Pfeilen hinten nicht. Doch. Ja, doch, doch. Ich dachte, er wäre ruhig. Da 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 da. Ja. Ja, da war wieder die Mopeds. Ja. 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 Und gut. Ich meine, ich würde nicht wieder irgendwelche Granaten über den Zaun. Ja, doch, das wäre ja gegangen, aber der ist oben an der Leiste oben, ist die zurückgeprallt, Die dumme Sau. Warum auch immer. Das war mal ein schwarzes Auto. Steck doch mal die Waffe weg. Genauso wie ein Mike die Granate gegen den Kopf zu werfen und die prallt dann zurück. Genau das gleiche. So ein Schwachsinn. Boah, hätte ich auch schon wieder bald 98 erreicht. Gesundheit, Gesundheit! Danke. Heading to the tunnel off the downtown freeway. They have set up underground. Beide Chris, der hat ja seine Handynummer bei Facebook öffentlich gepostet. Da da frage ich mich, warum postet man seine Handynummer da öffentlich. Ich überleg grad, wir hätten eigentlich doch auch mit deinem Akuma da rein fahren können. Ja, da war wir auch nicht weit gekommen. Ja, da waren wir aber nicht weit gekommen. Ja ne, aber wir wären am Anfang bisschen geschützt gewesen. Kennst du das keine Panzerung mehr? Doch, warum? Weil dein blau... Falten wir doch im Dunkelblau bei mir, oder? Ne, ich hab an. Ah ok, so war's im Dunkelhaus. Bitte und weil so... Langsam, langsam, langsam. Ja, ich will. Oh, groß, du bist voll grad reingelaufen. Da guck, genau das ist das. Ich kann da nicht durchschießen. Ich schieß bloß gegen die Teile. Das ist ja auf Blech. Ja, wer schießt denn da noch gegen das Blech? Ich? Ich hab gerade gegen das Blech geschossen. Ich hab gerade gegen das Blech geschossen. Vorsicht, da ist rein noch. Ich hab gerade gegen die Wand. Ich hab gerade gegen die Wand. Ich hab gerade gegen die Wand. Der lebt ja noch hier unten. Nö, nicht mehr. Oh, mega. So. So. Du sollst eigentlich in Deckung gehen sich da drüben hüpfen. Wo ist denn noch einer? Da. Ah, die haben wir in dem Auto versteckt. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Okay, der eine brennt gerade. Hallo. Ab mal, der nicht. Nö, einer ist ja noch. Nö, der ist schon weg. Der ist schon weg. Der ist schon weg. Der hat gerade selber in Brand gesteckt. Ja, ich hab ihn in Luft gejagt mit dem Brandgranate. Aber jetzt haben wir die Autos geschrottet. Hätten wir jetzt mit dem Auto fahren können. Oho. Ich glaube hier im Tunnel war da auch noch einer. Ne, vor dem Tunnel. Lachen Tunnel. Ne, hier drinnen war vorhin auch einer. Hä? Ich hab davon ne Ischer. Die sind weggeplopped. Ja, die sind weggeplopped. Die sind weggeplopped. Ja, weggepfe. Warte, ich schieße ihn noch mit Rakete. Okay, warte mal, ich, warte mal, Guss, ich höre mich noch mal schnell. Gerechte reindrücken, wäre auch nicht schlecht, ja? Ja, oder? Ich habe mir nochmal einen Nachschub geholt für Munition. Äh, Panzerraum. Oh, da hinten, wo er schießt noch einer? Ah, da hinten. Gibt's nicht mehr. Oh. 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 Ist der dort? Hey, da hat sich noch bewegt dahin. Mann, wahrscheinlich die letzte Zuckung. Also rot ist nichts mehr. Dann nehmen wir das Auto und fahren wieder bis vorne hin. Ist ich denn doch hier? Ja. Ach so, stimmt ja. Guten Morgen. Ich bin mir das gerade am überlegen. Warte mal, können wir nicht hier oben raus? Weiß nicht. Ne, da ist zugemacht. Und wenn wir wieder hinten rum raus fahren, wie wir hergekommen sind? Kommen wir doch nicht wegen den Steinen. Ja. Ja, da sind wir nun sind hier die Punkte. Die Marker. Steppen da auch wieder, ja. Aber warte mal, ich hau mich nochmal schnell in eine Panzerung rein. Geht ein Ungelenk. Ja, aber ich frage mich, wie kann man die Hubschrauber abschießen? Ah, die Biele. Mal langsam sich vorarbeiten. Gar nicht, die müssen wir uns entfliehen. Okay. Dann komme durch die Tunnel. Und dann gib ihm Gas. Naja, aber die Tunnel sind ja hier vorne auf zu Ende und dann mussten wir wieder raus. Ja, und dann nicht lang sich aufhalten mit irgendwelchen Schöndern Gas geben. Und geradeaus, ich bin vorher geradeaus gefahren. Ich glaube, das wäre die bessere Option. Okay, einfach durchrasen und das abschießen. Ich habe einen Heli abgeschossen. Der hat ihn einfach oben anvisiert. So, weiter jetzt hin. Wo wollt ihr jetzt hin? Na hier, den Marker hinterher. Also den Marker jetzt. Vorsicht, die visieren euch auch an. Vorsicht, die visieren euch auch an. Mit Raketen. Ja, dann einfach Gas leiten und durch. Ja, dann einfach Gas leiten und durch. Gänzer vom Moppet gefallen? Ne. Ach, ich dachte schon. Also bei mir ist hier gerade eine freie Bahn. Bei mir auch. Bei mir auch. Bei mir auch. Ich weiß nicht, aber frag mich jetzt nicht, wo irgendwo boost. Du kannst deine Flügel ausfahren und boost. Aber frag mich jetzt nicht, wo. Ich weiß es nicht. Ich werde es gar nicht ausprobieren. Ja, eben. Äh, mit X. Aber wir können es abheben. Ah, ok. Ah, cool. Hier rein? Ja. Ok, abgeliefert. Verdammt, die hätte da runter sollen. Wieso? Klar, paar kleine Moppet, so ein riesen Flugzeug. Halt, hier rein! Halt, hier rein! Halt! 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 Tänk! Halt! Fuch! Fuch! Hahaha, kettcha, der hat den heli anvisiert ich bin rausgefahren der drei den heli anvisiert gleich los habe ich gleich losgeschossen denkt du was visiert der oben an und gleich losgeschossen jetzt war ich aber gut nicht wieder schlecht ich glaube jede sache hätte ich wohl doch noch machen ja das ist nicht schlecht aber es kostet halt auf fast zwei mili ich könnte mir den kaufen du kannst du kannst kurze zeit lang kannst mit dem fliegen ich bin ja gerade ein stückchen ich muss ganz schnell in mein bunker rein in meiner sitzung ja ja habe ich gehe zuerst in meinen in meinen hanker rein dann bin ich auf jeden fall sehen wo seid ihr genau also ich nehme ich hier in den in den hanker ein wir haben dass ihr auch weg seid so stimmt hier sein so zum kurz beigetreten ich bin mit läster jetzt gerade ja quatsch nicht mit der stadt ich habe nur ladebild mit michael war ich gerade unterwegs ok so ich habe eine aufgemacht das wie kitty war bei mir mit drin ich bin noch gar nicht da ja nicht du warst aber hier bei mir der lobby mit drin also schon schon registriert in der lobby ich komme gerade mit rausgeflogen ich spawne gerade denke ich mal zu dir ich glaube ich stecke im ladebild fest ja weil du wahrscheinlich ich habe dich gerade rausgeschmissen wahrscheinlich wie du gespawnt ich bin ganz woanders wie viel haben wir jetzt gerade bekommen 34.700 grad ach man jetzt stecke ich im ladebild fest ja ich brauche jetzt gerade ganz andere lobby obwohl ich groß beigetreten bin ja gut dann mache ich jetzt aus alzen ist hier mit dem ladebild festecker ja jetzt bin ich bei groß das ganze rollegrose star und pico nico was pico nico ein käse wer hat käse so ein käse spieler ich bin gerade im nachtclub kurs ich will schnell mal gucken wie viel ich überhaupt hier schon da drin habe wegen meiner mitarbeiter meiner ist bestimmt voll, verdammt, können die vielleicht auch noch weg fahren na, da bin ich auch gerade, gucken aber, äh, weißt du, da sind die schon voll ja, Jens ist voll, oh nein hm ja wirst du, hier, bei Google Chrome zeigt das aber auch an was? am PC, Passwörter prüfen bei wem? hier, bei hier bei mir bei mir nicht bei mir auch nicht bei mir auch nicht du hast ja, ihr habt ja kein Google Chrome und bei euch wurden wahrscheinlich auch keine Passwörter gehackt Google Chrome habe ich auf Handy bloß bei wem wurden dann die Passwörter gehackt, dass da alle, dass du auf einmal alle Passwörter neu machen musst kommt mir irgendwie Spanisch vor aber sowas von aber sowas von Spanisch kommt mir das vor, dass die von allen neue Passwörter haben wollen kommt mir Spanisch vor, ganz Spanisch ich weiß nicht also ich würde da warten, bis dich jede einzelne Firma anschreibt weil irgendwie kommt mir das Spanisch vor neue Chrome Erweiterung waren vor gehackten du hast doch dein, ja, aber du hast doch dein Passwort gerade geändert heute ja, aber nicht bei allen, die angezeigt wurden sind auch deine Loggingdaten einer der letzten Datenpfand zum Opfer gefallen mit der neuen Chrome Erweiterung ein Passwort-Checkup bei Google dir dabei helfen, die Sicherheitsbedrohung schneller reagieren zu können und das steht bei Google auch drin bei, richtig bei Google naja, ich hab's doch grad gegoogelt ja, bei Google ja, bei Google und warum wollen die andere dann auch? weil das alles zu Google gehören, die anderen ja, erstens das und zweitens hab ich bei den meisten irgendwie gleichen Namen und das also, den gleichen Benutternamen und das identische Passwort dazu also, so ähnlich ok ich hab ja so gut wie überall die gleichen Passwörter ok hm so Leute ich mach aber jetzt das Spiel aus so Leute, ich mach aber jetzt das Spiel aus also von der Flusswörter jup Google wandeln Chrome vor gehackten Passwörtern ok ja, nö, kann ja sein ich meinte bloß, also da würde ich mich lieber erst zwei, dreimal informieren und absichern bevor ich da irgendwas irgendwo eingebe aber wenn das eh die Originalseiten sind die Original Original dann ja, dann ist das ja muss das ja dann korrekt sein aber auf irgendwelche Links zu drücken die dich dann da hinführen also da wäre da wäre ja, ich sag ja ich wills grad erklären also ich wenn da irgendwo Links dabei steht wo man draufklicken soll die dich dann da hinführen sollen wo du dein Passwort ändern auf sowas fall ich schon mal gar nicht rein weil das ist nämlich sowas von wenn das ne Original ist dann schicken die dir keine Link dass du dich da draufklicken kannst um irgendwo hinzukommen damit du dein Passwort ändern kannst weil zuerst musst du dich nämlich bei der Original anmelden Originalseite Registry anmelden und nicht irgendwo einen Link hin dass du dich da anmelden kannst also das kommt mir immer sowas kommt mir immer spanisch vor auf sowas fall ich gar nicht rein ja, 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 ja dann ist ja korrekt ja, 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 ja dann ist ja korrekt ist korrekt lang weißt du alter hier gehackte Kombination aus Passwort und Nutzernamen sind unsicher da sie online veröffent wurden und wir empfehlen alle gehackten Passworte so schnell wie möglich zu ändern ja, warum machen die das? sind die dumm bei Google oder was? wieso nach Kombination aus Passwort und Nutzernamen die durch Vielzahl von Datenpfannen gefährdet werden die Liste der von uns untersuchten Datenpfannen ist jeder unvollständig unsere Liste enthält und anderen folgenden Quellen Webpost Media Adobe Doobworks Sind die dumm oder was? Ach denn die Faust wo wir auf dem Schreibtisch stehen haben neben unserem Bildschirm Hast du die Stehner? Jens? Ja Die ist für Konkurrenzkämpfe Ok Also ich weiß nicht wieviel Konkurrenzkämpfe du machen musst damit du hier Bronze, Silber und Gold bekommst aber die sind für die Konkurrenzkämpfe und die Schatullen sind glaub für für Lagerverkäufe wenn du dein Lager so und so oft verkaufst oder keine Ahnung so genau weiß ich das jetzt auch noch nicht so so die Frage ist jetzt soll ich das jetzt verkaufen und könnte ich wieder neu anfangen so gut ich bin nochmal weg für heute alles klar dann bis morgen irgendwann genau bis dann tschüss bis morgen tschüss 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 tschüss